Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von R70-Wanfurt-05. Ich finde von R70-Wanfurt-05 ein cooles Verein. Ich weiß, was ich oft hast. Es ist wirklich coole Logo. Einmal rot, grün, schwarz. Das ist total selten das aussieht, finde ich. Dass noch nie diese Mannschaft in der 3. Liga drin war, noch nie, will ich echt gerne sehen von der 3. Liga, ganz ehrlich. R70-Wanfurt, finde ich, das verdient hat von aufsteigen. Vielleicht das auch klappt. Meine Vermutung ist, im Moment gerade 6 Siege, 1 Unterschiede und 3 Niederlagen. Im Moment ist gerade regionaler Bayern Platz 1 und 34 Punkte. Recht gut. Bitte weitermachen. Kampf mit der Landschaft. Ranschgecken. Das Bleiben. Und eure Stadion. Muss etwas größer bauen. Um etwas bauen zu tun. Stadion bauen. Etwas, sag ich mal, 3.000 Heimblog, Zuschauer. und 2.000 Gästeblock. Und 2.000 Gästeblock. Und 2.000 Gästeblock. Bloß über Dachung. Und auch Parkplätze müssen sein. Parkplätze. Fahrradparkplätze. Fahrradparkplätze. Und auch noch Busparkplätze. Du musst auch noch. Wir müssen das auch noch bauen. Ich weiß, dass Minge viel zu tun. Aber ich weiß nur auch, dass er es schaffen kann. Finde ich. Ich hoffe, dass RSF Schwanfurt 05 werden aufsteigen von der Regionalliga Bayern. Klar ist, wie es schwierig aussieht. Vielleicht muss man spielen oder direkt aufstieg. Ich finde RSF Schwanfurt 05 ein cooler, lustiger Verein. Und was meinen euch? Kann RSF Schwanfurt aufsteigen? Ich sag ich mal, viel Spaß an diesem Video. Genau.